Das Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, ZBW, hat große weltweit ausgerichtete Pressearchive geerbt. Daraus sind eine Million Presseartikel, Geschäftsberichte und anderes Material digital verfügbar. Sie sind organisiert in thematischen Dossiers, mit kontrollierten Vokabularen erschlossen und mit GND und Wikidata verknüpft. Das Datenset gibt es als JSON-LD. Als API dient zusätzlich ein Sparkle-Endpoint. Es kann als Plain-Old-JSON verarbeitet werden, aber auch Einstieg sein in semantische Technologien und Linked-Open-Data. Inhaltlich geht es häufig um bekannte Firmen und prominente Personen. Mehr als 80% der Personen haben eine eigene Wikipedia-Seite. Die Daten sind deshalb ideal für Mesh-Ups.